Ja, ein kleines Infovideo wieder. Und zwar habe ich ja jetzt Prüfungszeit, zusätzlich dazu, dass ich vier Wochen quasi auf Montage war und auch nicht wirklich aufgenommen habe, weswegen mir quasi jetzt die Parts ausgehen und ich nicht wirklich Zeit habe aufzunehmen. Bedeutet also, ihr werdet zeitlang eigentlich vielleicht nur nächste Woche, weil diese Woche ist noch und in der Zeit sollte ich danach aufnehmen können, eventuell nichts haben. Auch nur eventuell. Kommt drauf an, wie ich es schaffe. Ja, Pokémon ist dann diese Woche dann auch erstmal durch. Und zum anderen noch ein Infovideo und zwar gibt es am Samstag, den 2.9. ist das, glaube ich. Ja genau, einen Tag nach einer anderen Prüfung. Ja, wird erstmal die Beta von Final Fantasy Dissidia, dem neuen Teil für die PS4, gestreamt. Sponsored by Mike, a.k.a. Mahogon LP. Ja, und ich würde sagen, ich freue mich drauf, weil Dissidia habe ich gerne, also den ersten Teil habe ich sehr gerne auf PSP gezockt. Den zweiten dann an sich auch, bis auf den einen Marke, dass ich kaum Story gespielt habe, weil irgendwie ist es nach dem kleinen, wirklich dem kleinen Teil von dem Charakter selbst dann genau das komplette andere von dem ersten Teil. Und ich denke mir nur so, warum sollte ich spielen. Aber gut. Ja, ich freue mich drauf, welche Charaktere da jetzt noch sind. Ich habe mich überhaupt nicht da von dem Spiel informiert. Wir werden da sofort blind reinschauen. Also ich werde es quasi nur downloaden und gehe mit euch dann erstmal rein. Technische Probleme könnten allerdings immer noch auftreten, weil meine Drive-Version immer noch die geupdate ist. Ich meine, die CD nicht finde. Und ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie das so... Ja, wie das jetzt so ist. Wer weiß. Vielleicht hat sich ja was geändert, seitdem ich die Technik einmal komplett draußen hatte, weil ich hier was umgeräumt habe, weswegen ich jetzt auch noch etwas anders anhöre, mich tuten tun. Weil ich, ja, woanders sitze. Mikrofon ist woanders, komplett anders. Ich halle so ein bisschen noch. Ich glaube, das sollte ich aber auch bald hinkriegen, wenn ich am Mikro dahinter irgendwas hinstelle und so. Aber kommt noch. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich komme nicht zu allem, was ich machen will. Eben wegen Prüfung und so. Aber ansonsten viel Spaß euch noch. Bis dahin. Viel Spaß und tschüss.